Die besondere KULSA Atmosphäre ist für mich Arbeiten mit tollen Menschen, die mich persönlich und beruflich einen weiteren Schritt nach vorne bringen. Bei uns wird agiles Arbeiten gelebt, das motiviert. Ich freue mich bei KULSA zu arbeiten, weil das Unternehmen eine wichtige Rolle in der Dentalbranche spielt. Unsere Vielfältigkeit, finde ich, ist auch unsere Stärke. Ich fühle mich hier bei KULSA gut aufgehoben, weil es hier um den Menschen geht, weil wir mit dem, was wir tun, mit unseren Produkten dazu beitragen, den Menschen ihr Lächeln zurückzugeben. Wir beschäftigen uns mit spannenden Fragestellungen, wie sehen die Produkte von morgen aus, wie können wir unsere Patienten besser versorgen und welche Technologien müssen wir heute entwickeln, um die Produkte von morgen zu realisieren. Mir gefällt sehr gut, dass meine Arbeit bei KULSA hier super wertgeschätzt wird, egal ob es jetzt große Projekte sind oder auch bei täglichen Doings. Wir haben mit sehr, sehr vielseitigen Menschen zu tun, man muss sich immer wieder neu einstellen und das Team, einfach auch unser Team, ist einfach genial. Ich schätze an der Arbeit bei KULSA auch die Rahmenbedingungen, Tarifvertrag zum Beispiel. Das klingt vielleicht ein bisschen angestaubt, aber der Chemietarifvertrag ist wirklich ein guter. Was ich persönlich an unserer Mitarbeiterentwicklung sehr schätze, ist, dass sie ganz ungewöhnliche Möglichkeiten auch bietet. Ich persönlich bin zum Beispiel als Chemiker aus der Materialentwicklung in die Personalentwicklung gewechselt. Bewirb dich jetzt und wir teilen unseres Teams. Ja! 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 Ja!